Okay, in einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man diese Aufgabe 170 zum Thema Ausgleichsvorgang berechnet, indem man jetzt hier wirklich die Differenzialgleichung löst. Das ist auch alles hier schon ganz schön voll geschrieben und voll gemalt. Deswegen mache ich mal ein neues Notizheftchen auf, ziehe das mal hier runter und hoffe mal, dass ich die Schaltung noch in der Zwischenablage habe. Und das ist glücklicherweise der Fall. Und wird jetzt nochmal zeigen, wie man diese Aufgabe eventuell ein bisschen einfacher lösen kann, indem man die Zwei-Pol-Theorie nutzt und diese beiden Widerstände hier schon mal zu einem Widerstand zusammenfasst. Also Idee ist, wir zeichnen die Schaltung ein bisschen um und nutzen die Zwei-Pol-Theorie und machen jetzt aus der Spannungsquelle eine Ersatzspannungsquelle. UQ Ersatz. Und weil das vorher eine Gleichspannungsquelle war, wird das jetzt auch eine Gleichspannungsquelle, werden und das muss immer noch eine reale Spannungsquelle sein. Das heißt, diese beiden Widerstände, die es da vorher mal gab, R1, R2, die fasse ich jetzt aus Sicht dieser Klemmen hier. Hier sind wir jetzt auch wieder an diesen Klemmen angekommen, zu einem Ersatzwiderstand zusammen. Das ist die Idee. R-Ersatz. Und, tja, wie kriegt man diesen R-Ersatzwiderstand raus? Den kriegt man raus, indem man, ich nehme mal eine andere Farbe, indem wir aus Sicht der Klemmen in diese Schaltung reinschauen und alle Quellen ausschalten. Und aus der ausgeschalteten Spannungsquelle wird dann ein Kurzschluss und dann sieht man, dass über diesen beiden Widerständen genau die gleiche Spannung abfällt, auch wenn die nicht so direkt parallel aussehen, die sind parallel geschaltet. Also dieser Ersatzwiderstand hier, der ergibt sich aus R1 parallel R2, 50 Ohm und 50 Ohm parallel sind 25 Ohm. So, und diese Ersatzquellspannung hier, die ergibt sich aus der Leerlaufspannung an diesen Klemmen. Also, wenn hier nichts angeschlossen ist und dann sieht man, das ist ein einfacher Spannungsteiler, dann kann ich diese Leerlaufspannung bestimmen aus dem Widerstand, über den diese Leerlaufspannung abfällt. Der Widerstand R2 durch den Gesamtwiderstand multipliziert mit der Quellspannung. Und wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, macht das genau ein Halb. Die Hälfte von 10 Volt sind 5 Volt. Okay, und dann brauchen wir natürlich jetzt daran noch den Rest der Schaltung. Hier muss irgendwo wieder der Schalter in Reihe kommen, der irgendwann das zugeht zu einem Zeitpunkt T gleich 0 und der Kondensator, der jetzt über diesen Widerstand aufgeladen wird. Und dann sieht man, dass man jetzt so im Prinzip aus dieser, naja, nicht allzu komplizierten Schaltung, aber doch, wenn man das jetzt macht, wie in dem vorherigen Beispiel, hat man 6 unbekannte 6 Gleichungen, die man erstmal zu einer Differenzialgleichung formen muss. Die eine der einfachsten Schaltungen, in der man irgendwie Ausgleichsvorgänge berechnen kann, einfach nur mit einem RC-Glied, was über eine Quelle aufgeladen wird. So, und trotzdem zeige ich jetzt vielleicht nochmal hier schnell, wie man das jetzt macht. Also wir haben jetzt einen Strom, der hier fließt, wenn ich den Schalter fließe, den Strom I von T. Und einen Spannungsabfall über der Kapazität, UC von T und einen Spannungsabfall über diesen Widerstand, den nenne ich mal nur UR von T. Und den Strom hier, den für den Strom gilt, der fließt dann, wenn sich die Spannung an der Kapazität ändert, ergibt sich formell aus C mal die UC nach die T. Und diese Spannung hier, die ergibt sich aus dem Ohmschen Gesetz, R-Ersatz mal I von T. Und dann gibt es in der Schaltung noch einen Maschensatz. Und der Maschensatz sagt, die Quellspannung muss genauso groß sein, wie die Summe der Spannung über den Anerbauelementen, UR plus UC von T. So, und jetzt können wir da drauf schauen. Also wir haben drei Unbekannte, die Spannung über den Widerstand, die Spannung über der Kapazität und den Strom. Und wir haben jetzt auch drei Gleichungen aufgeschrieben. Und jetzt kann man das wieder schaffen, aus diesen drei Gleichungen mit drei Unbekannten eine Gleichung mit einer Unbekannten zu machen. Das Einfachste ist wohl, wenn man den, also in dem Fall vermutlich relativ einfach, wenn wir den Strom hier einsetzen und diese Spannung dann hier unten einsetzen, dann folgt daraus letztendlich direkt aus dem Maschensatz die gesuchte Differenzialgleichung. Ja, das hat jetzt mit Elektrotechnik, die ist wieder vorbei an dieser Aufgabe. Der Rest, der jetzt folgt, ist irgendwie Mathematik. Also wir brauchen R-Ersatz mal C mal DUC von T nach DT plus die Spannung UC von T an sich. Und das, was jetzt dort dasteht, ist wieder eine Differenzialgleichung. Differenzialgleichung, eine Differenzialgleichung erster Ordnung, weil da nur die Funktion an sich und die erste Ableitung auftaucht. Die ist linear, weil da nur die Funktion und kein Quadrat oder Wurzel oder so der Funktion auftaucht. Und diese Differenzialgleichung hat konstante Koeffizienten, weil das, was davor steht, der Widerstand und die Kapazität, die hängen zum Glück nicht auch noch von der Zeit ab. Leider, leider ist es eine inhomogene Differenzialgleichung, weil hier steht auf der anderen Seite steht eine Quelle. Aber das macht es nicht wahnsinnig viel komplizierter, diese Differenzialgleichung zu lösen. Das, was man jetzt als erstes wie so üblich macht, ist, wir lösen die homogene Differenzialgleichung. Und die homogene Differenzialgleichung ist die, wo wir die Quelle zu Null setzen. Und warum kann man das machen? Naja, weil man dann eben rausbekommt, was würde die Schaltung für sich machen? Was würde die Schaltung praktisch ohne Quelle machen? Oder man hat die Quelle mal kurz angeschaltet, so wie wenn man eine Schaukel nimmt und die Schaukel anschaukelt. Und dann hört man aber wieder auf zu schaukeln und dann schaukelt die Schaukel im Prinzip mit ihrer eigenen Frequenz. Das ist so die Idee dieser homogenen Differenzialgleichung, eine Eigenlösung dieser Schaltung, eine Eigenlösung des Systems rauszubekommen. So, also Differenzialgleichung abgeschrieben. Die Funktion an sich plus die erste Ableitung der Funktion multipliziert mit einem konstanten Faktor. Die sollen immer Null ergeben. Wann ist das der Fall? Für welche Funktion gilt das so? Da muss ja die Funktion, die erste Ableitung gleich sein. Das gilt für die E-Funktion. Deswegen schauen wir da scharf drauf. Raten als Lösung, dass das eine E-Funktion sein muss. Und dieses Draufschalen, eine Lösung, Raten nimmt man in der Mathematik einen Ansatz. Und wir wählen als Ansatz UC von T muss eine E-Funktion sein, die von der Zeit abhängt. Und vor der Zeit muss aber noch ein Faktor stehen, der die Einheit der Zeit kompensiert, sodass ich E hoch eine Zahl rechnen kann. Da kommt eine Zahl raus. Ich brauche noch einen zweiten konstanten Faktor davor, der mir die Einheit einer Spannung bringt, weil ich will ja eine Spannung ausrechnen. Jetzt kann ich diesen Ansatz auch einmal ableiten. UC Punkt schreibe ich jetzt hier mal kurz, um mir den Bruch zu sparen. Konstanter Faktor abgeschrieben, E-Funktion abgeleitet. Er gibt die E-Funktion, aber es gibt eine innere Funktion, die ist verkettet, diese Funktion. Also gibt es eine innere Ableitung, das Lambda. Und die beiden Sachen setze ich jetzt wieder, ja hier so ein bisschen kreuzweise ein. Das kommt da rein und das kommt da rein. Und dann erhält man die sogenannte charakteristische Gleichung, in der jetzt dieser Ansatz eingesetzt ist. R-Ersatz mal C und für die Ableitung schreibe ich jetzt K mal E hoch Lambda T mal Lambda. Und für die Funktion an sich schreibe ich nur den Ansatz, K mal E hoch Lambda T. Und jetzt kann man diese charakteristische Gleichung durch K und durch E hoch Lambda teilen, weil das K sollte 0 sein, die E-Funktion ist auch nicht 0 und hat jetzt eine Gleichung, wo nur noch das Lambda die einzige Unbekannte ist. Das heißt, aus dieser charakteristischen Gleichung kann man das Lambda bestimmen, indem man die 1, die hier überbleibt, auf die andere Seite holt und durch R-Ersatz und C teilt. Also Lambda ist 1 durch R-Ersatz mal C. Und wenn man hier ein bisschen über die Einheiten nachdenkt, stellt man fest, Widerstand hat die Einheit oben, die Kapazität hat die Einheit Farad, das sind Ampersekunde pro Volt, da kürzt sich genau die Volt Ampere weg, sodass da 1 durch Sekunde überbleibt, sodass 1 durch Sekunde mal Sekunde hier oben auch wirklich Einheiten los wird in der E-Funktion. Das passt also ja nicht nur so vom Prinzip, sondern auch von den Einheiten ganz wunderbar. Okay, so, aus der homogenen Differenzialgleichung bekommen wir diese flüchtige Lösung, diese Eigenlösung. Jetzt brauchen wir noch eine Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung, die sogenannte partikuläre Lösung. Die schreibe ich mal jetzt in grün hin. Die partikuläre Lösung UC für UC von T. Also vielleicht wäre es schlau hier zu sagen, das ist UC flüchtig und das ist UC partikulär, um das ein bisschen auseinanderzuhalten. Ein bisschen jetzt hier drüber gekritzelt. So, und das ist einfach die Lösung, die sich ergibt, wenn man lange wartet, wenn man die Zeit gegen unendlich laufen lässt und dann kann man sich überlegen, in der Schaltung, auch hier unten jetzt in der Schaltung, wenn ich einfach lange genug warte, ist der Kondensator irgendwann aufgeladen, dann ändert sich die Spannung nicht mehr. Wenn die Spannung nicht mehr ändert, ist die Ableitung 0, dann ist der Strom 0. Wenn der Strom 0 ist, gibt es keinen Spannungsabfall mehr über den Widerstand. Trotzdem muss ja die Quellspannung irgendwo hin oder die Ersatzquellspannung, wo geht die hin? Die geht auf die Kapazität. Also, wenn ich lange genug warte, ist die Kapazität auf UQ-Ersatz aufgeladen. Und daraus kann man jetzt eine Gesamtlösung zusammenstricken und kann sagen, dass UC von T ergibt sich aus dem UC. Vielleicht nehme ich mal durchaus hier nochmal die Farben aus der flüchtigen Lösung, das, was dort oben blau gemalt ist, der homogenen Differenzialgleichung plus die partikuläre Lösung, die, wenn man einfach sehr lange wartet und wartet, bis dieser Ausgleichsvorgang abgeschlossen ist. Und die hängt dann meistens eigentlich auch nicht mehr von T ab, es sei denn mal natürlich die Quelle, die irgendwie von T abhängt. Ich schreibe das jetzt mal trotzdem so hin, von T. So, und dann kann ich diese beiden Sachen einsetzen. Und dann kommt daraus K mal E hoch Lambda T. Und das Lambda weiß ich sogar schon. Und das hier hinten sind einfach 5 Volt. Das ist die Ersatzquellspannung. So, und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das K. Das K bekommt man jetzt raus aus der Anfangsbedingung AB abgekürzt. Die steht hier oben. Meistens steht hier irgendwie eine Aufgabe drin oder ergibt sich aus dem Zusammenhang. Und meistens ist das so, dass die Energiespeicherelemente, in dem Fall der Kondensator, am Anfang 0 waren. Also die Spannung UC zum Zeitpunkt T gleich 0 soll 0 sein. Und die 0 kann ich jetzt natürlich hier oben einsetzen. Dann steht da K mal E hoch Lambda mal 0 plus 5 Volt. E hoch 0 ergibt 1. Und das heißt, das K kann ich daraus bestimmen. Das K muss dann minus 5 Volt groß sein. Und ja, damit kenne ich das K. Das ist minus 5 Volt. Dann kann ich die 5 Volt hier ausklammern und kann für die Gesamtlösung hinschreiben. Das wären also 5 Volt mal 1 minus E hoch. Ja, und für das Lambda schreibe ich jetzt mal die Lösung von dem Lambda auch hin. Das wäre also minus T durch R Ersatz mal C. Und anstatt der 5 Volt hier vorne könnte man, wenn man wollte, natürlich das, oh es radiert sogar interessanterweise, so ein bisschen, könnte man natürlich auch UQ Ersatz schreiben, wenn man das jetzt nur mit Variablen haben wollen würde. Und dann sieht man, dass man sich zumindest ein bisschen einfacher tut, wenn man das jetzt mit 2-Pol-Theorie löst, diese Aufgabe, diese Differenzialgleichung hier zusammenzubauen, weil man einfach nur noch ein Gleichungssystem hat mit drei Gleichungen und drei Unbekannten, aus denen man diese Differenzialgleichung formen muss. Diese Differenzialgleichung ist am Ende aber letztendlich auch nicht einfacher oder komplizierter zu lösen als in der vollen Pracht und Schönheit dieser Aufgabe vorher, die ich hier noch auf dem zweiten Notepad hier habe. Also bloß, dass hier in der Differenzialgleichung, die ist ja hier oben irgendwo hingeschrieben, dass da ein bisschen kompliziertere Koeffizienten davor stehen. Also anstatt einer 1 steht hier 1 plus R1 durch R2. Aber ansonsten ändert sich an der Differenzialgleichung nicht viel. Ich muss trotzdem die homogene Differenzialgleichung betrachten. Ich muss trotzdem eine inhomogene Differenzialgleichung betrachten und muss trotzdem die Anfangsbedingungen einsetzen und alle diese Sachen machen, um hier auf eine Lösung zu kommen. Aber allein im direkten Vergleich sieht man schon, okay, das ist hier ein bisschen weniger vollgeschrieben. Aber jede Rose hat auch Dornen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn there is no free lunch, wie die AmerikanerInnen sagen. You cannot have the cake and eat it. Irgendwo muss ja dieser Lösungsweg auch einen Nachteil haben. Und dieser Lösungsweg-Nachteil liegt natürlich darin, dass ich jetzt überhaupt nichts mehr sagen kann, was hier vorne mal diese Ströme gemacht haben. Weil diese beiden Widerstände und damit auch diese beiden Ströme, die da mal ursprünglich durchfließen, die habe ich jetzt natürlich zu einem Widerstand vermatscht und vermengt. Und damit kann ich über diese Ströme nichts mehr sagen. Hinter diesen Quellen auf der rechten Seite von den Klemmen für die Spannung und den Strom an der Kapazität ändert sich durch die Vereinfachung der Zwei-Pol-Theorie von der Quelle allerdings nichts. Also die Lösung hier ist immer noch genau die gleiche wie vorher, aber die Lösung auf der linken Seite, die ändert sich eben doch sehr stark. So, und das ist dann nochmal ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man so eine Ausgleichsvorgangsaufgabe vielleicht ein bisschen trickreicher rechnen kann, mit Hilfe der Zwei-Pol-Theorie, indem man vorher da erstmal ein bisschen die Quelle vereinfacht.